Hallo und herzlich Willkommen. Hier ist Horst Weber, Apollo Edelmetalle. Ja, es gibt mittlerweile aus der ägyptischen Serie die vierte Münze, die ich Ihnen gleich vorstelle, die Hatshepsut. Hier sehen Sie noch mal im Bild die erste Münze Tutanchamon, Auflage nur 999 Stück weltweit. Die zweite Münze Nofretete, wunderschön, die Auflage sogar 2.000 Stück mit dem Stein der Könige, also bei jeder Münze ist ein Edelstein aufgeklebt. Hier war es der blaue Lapislazuli. Dann die dritte Münze Kleoprata, auch noch eine Auflage von 999 Stück, wunderschön. Und jetzt ganz neu die vierte Münze aus dieser ägyptischen Serie, Hatshepsut. Auflage auch nur 999 Stück. So, schauen wir uns dieses Schmuckstück mal gemeinsam an. Und zwar der Rahmen wird mitgeliefert, also Sie haben diesen tollen Rahmen hier, dass Sie die vielleicht auch irgendwo hinstellen können, die Münze. Sie haben dann hier die Büste der Hatshepsut, haben hier einen Edelstein aufgeklebt. Sie sehen es hier, der Edelstein ist tatsächlich, hebt sich etwas aus dem Rahmen hervor. Das ist ein roter Jaspis, auch mit den entsprechenden höoglyphischen Zeichen hier. Und Sie haben hier zwei Unzen Silber. Hier sehen Sie noch mal 50 Dollars von den Fidschi-Inseln mit Elisabeth II hinten drauf. Das ist bei allen Münzen gleich. Hier unten sehen Sie jetzt noch mal Silber 999, also die höchste Qualität mit entsprechenden, diesen Edelstein. Dann haben Sie 24 Karat Gold, ist hier mit aufgeprägt und eben ein Gewicht von 62 Gramm. Durchmesser 65 Millimeter und Limitation 999 Stück. So, mehr gibt es also nicht von dieser Münze. Wenn Sie die Chance haben, sich so ein Schmuckstück zu sichern, dann machen Sie schnell noch. Ich glaube, ein paar haben wir noch auf Lager. Aber ein Großteil ist auch schon wieder weg. So, machen Sie bitte auch gleich eins. Ziehen Sie unser E-Book runter. Das bekommen Sie kostenfrei. Die fünf Geheimnisse, um Ihr Vermögen zu schützen. Und ich denke mal nach Zypern, was da jetzt alles passiert ist, das wird einfach auf die Konten zugegriffen werden. Das heißt, Sie haben im guten Vertrauen ihr Festgeld oder ihr Schirokonto bei der Bank gelassen und auf einmal wird das Konto gesperrt und 60 bis 100 Prozent, die über 100.000 Euro sind auf einmal weg. Was natürlich nicht besonders toll ist, denke ich mal. Und es kann natürlich auch eine Blaupause sein für alle europäischen Länder, also auch für uns. Hier unten nochmal der Untertitel Handeln Sie, bevor sich Ihr Vermögen in Luft auflöst. Das finden Sie auf unserer Webseite Apollo Edelmetalle, wenn Sie ganz runter scrollen, auf der linken Seite. Dort können Sie sich das kostenfrei abrufen. Ja, in diesem Sinne wünsche ich noch eine schöne Zeit und sichern sich ein paar von diesen Schmuckstückchen und dann freut mich, wenn wir uns sehen oder hören. Danke. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Musik 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 Musik